Man muss am heutigen Tage zugeben, dass das Unentschieden für Kiel sehr, sehr glücklich ist. Aber am Ende ist das egal. Holstein-Kiel bleibt erstmal Zweiter in der zweiten Bundesliga. Und somit willkommen zum Talk Hamburger SV gegen Holstein-Kiel. Ja, das Topspiel am Montagabend in der Hinrunde ging es 1 zu 1 aus. Das war heute auch der Fall, also quasi eine Kopie des Spiels. Nicht nur das Ergebnis war eine Kopie, sondern auch meiner Meinung nach, was die Dominanz anging. Am Anfang kam Kiel sehr gut rein, erste Ecke. Der Ball kommt irgendwie durch auf Yi-Sung Lee oder habe ich richtig ausgesprochen? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kam der Ball zu Lee durch und der geht ein bisschen glücklich rein. War noch ein Aufsatz war der Kopfball, aber ist egal. 1 zu 0 für Kiel. Und Kiel hatte das eigentlich auch relativ im Griff und hatte auch noch, also am Anfang hatten sie es zumindest relativ im Griff. Und sie hatten auch noch die Chancen, wenn Vandenberg die Bälle ein bisschen besser gespielt hätte, vielleicht auf 2 zu 0 zu erhöhen. War ein bisschen Pech für Kiel. Aber wie es kommen musste leider, hat man den HSV wieder ins Spiel gebracht. Jatta, der sich super im Mittelfeld behauptet hat, dem auch 70% des Tors gehört. Super auf Terrotte, super Doppelpass. Gilios kann nichts machen. Das war einfach nur schlecht verteidigt. Und diese Situation hätte gar nicht erst entstehen dürfen, so weit vorne im Mittelfeld. Und ab dem Zeitpunkt, der HSV eigentlich die bessere Mannschaft, muss man einfach so sagen. Der Hamburger Sorg kam immer besser in die Partie rein, hat immer besser Kiel in den Griff bekommen und hatte auch sehr viele Chancen. Da war ein Kopfball von einem Verteidiger von Hamburg, wo ich mir gedacht habe, der Ball ist drin. Da frage ich mich, wie kann man den nicht reinköpfen? Also gut, das kann jeder sagen, wenn man da auf dem Platz steht, ist es nochmal eine ganz andere Situation. Aber trotzdem, eigentlich von 100 Spielern machen die, machen den 98 rein, würde ich jetzt so behaupten. Also ist meine Meinung. Und ja, Hamburg eigentlich hätte führen müssen, in der ersten Halbzeit schon. Wobei man sagen muss, Kiel hatte einen Konter, nämlich gab es eine Ecke für Hamburg. Und Kiel hat es geschafft, einen Konter zu kreieren. Und eigentlich hätte auch das 2-0 fallen müssen. Serra stand auf der anderen Seite, ich meine es war Serra, stand auf der Seite völlig blank. Bartels, es war richtig auch, dass er den Abschluss selber gesucht hat, weil Bartels war vielleicht ein bisschen verdeckt. Aber trotzdem muss man sagen, im Normalfall macht Bartels den rein. Also eigentlich ist der Kalt schnäuzt sich vom Tor normalerweise. Und er hat schon schwierige Rebelle ins Tor gekriegt. War ein bisschen Glück, dass Ulreich den noch irgendwie zu packen gekriegt hat. Aber das war eigentlich so die letzte große Chance von Kiel, den Führungstreffer zu erzielen. Nein, danach eigentlich nur noch der HSV in der zweiten Halbzeit. Mehr braucht man gar nicht zur zweiten Halbzeit sagen. Nur der HSV gestürmt. Kiel selten Entlastungsangriffe, wenn überhaupt mal. Und Hamburg hätte eigentlich das 2-1 verdient gehabt. Es wäre verdient gewesen, wenn Hamburg gewonnen hätte. Hamburg hat die ganze zweite Halbzeit dominiert, hatte mehr Chancen, hat einfach viel besser gespielt als Kiel. Aber Kiel hat am Ende diesen Punkt sich nicht spielerisch verdient, aber kämpferisch verdient. Und deswegen finde ich auch, dass das Unentschieden in Ordnung geht. Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr, der HSV hätte gewinnen sollen? Schreibt es mir in die Kommentare. Was denkt ihr? Wer steckt am Ende der Saison auf? Lasst es mich auch wissen. Wir sehen uns beim nächsten Talk. Und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.